Habe ich da was verpasst? Die Hosenhandlung ist ja auch Hosenhandel, haben sie uns versprochen. Also nicht wieder die letzte... Lassen wir das... Wir bringen uns jetzt... Ne, in Verlegenheit bringen wir uns nicht. Wir bringen uns aus der Verlegenheit raus, indem wir mit einem neuen Song irgendwie loslegen. Das ist sowieso was romantisches, also wer ein Feuerzeug dabei hat, der hat auch gerne... Spielt da, wo wir herkommen, auf St. Pauli. Und da gehen so Menschen, die man schon morgens am Träsen trifft, das könnte aber ganz schön passieren, die die Nacht nicht so richtig gut überstanden haben, vielleicht auch ein guter Spiel. Jedenfalls steckt jeder bis hier in der emotionalen Scheiße, und sollte deshalb besser keine Wellen bauen. Und die brauchen jemanden, der sich mal in den Arm nimmt, drückt, in den USA streicht und sagt, alles wird wieder gut. Und wenn du so jemanden trefft, dann mach das, weil irgendwann werdet ihr auch die Gefahren selbst mal brauchen. Wenn es euch ein bisschen gut geht, wenn es Tag wird, ich schwöre sie, die es wird trauen auf St. Pauli. Sie ist nicht wirklich schön, doch irgendwer hat sie weiß, wie sie so da sind in ihrem leeren Glanz. Sie dreht sich um und fährt sich durch ihr kurzgeschornes Lärm. Aus ihren Augenkulotten, in den Besitz auf der Bahn. Und der Baumann sagt, Sie ist nicht so richtig, aber schnell! Und aus! Tausend wird es langsam her! Denn sie ist nicht so richtig, dass sie nicht so richtig wie – und wie ich leute, in dem得aten Sie auch – dass sie nicht so richtig wie – Und der Nächste Auf der Rieferbahn Mir blick so ein Leid Spick mich bloß nicht an Und mich tust trotzdem Weil mich nicht anders kam Sie hat sie von ihrer Träumen Nein Die niemals in Erfüllung gehen Und tief in ihren Augen Kann ich die Namen auf der Seele erzählen Und der Warmann sagt Let's go, let's go, let's go Und aus Und aus Und aus Hier ist London Hey Lass die Dachung sein Komm Ja 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 In der Haus Lass die Dachung sein Komm Ja 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 These schacje Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020